Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von FriesenMarsch. Wir starten heute mit Strohverkauf, Halskaufweg. Wir werden gleich mit dem Coursplay einfahren. Und zwar werden wir gleich mal was reinhauen. Stroh. Aus. Beginn. Mal schauen wie es klappt. Da vorne ist eigentlich gefährlich wegen Kainverkehr. Das ist die gefährliche Kreuzung. Hier ein bisschen. Von außen mal. Deswegen will wir fahren. Die Wiese wollte ich auch noch fliegen. Da kommt auch was anderes rein. Kein Gras mehr. Die fahren auch KIs. Da ist zur Not deaktivieren solange. Ne. Ne. Ja. Blinken ist doch hier Blödsinn. Ja. Du. 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 sieben tausend so wenig auf ein feld wir haben wir jetzt anders reinfahren naja unbedingt können wir über die bga abkürzen ich hoffe es ist alles gut zu hören einige fahrzeuge sind laut andere leise weit weg das ist eine gefährliche kreuzung weil die fahrzeuge die kennen da kein verdammt die fahren lieber nach außen das ist jetzt ganz 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 gut dann fahr lieber die runde rum kostet nicht optimal die runde die runde die runde hat doch jetzt Junge Stroh, Hopfen, Birne, Köln, Schweine, Butter, Mist, Mist können wir auch ein bisschen hier. Oh, so ein bisschen. Junge Stroh. Also, jetzt einmal fahren lassen, vielleicht die Wege ausstellen, das ist nämlich die ganze Fahrzeuge. Zug wechseln, aus, Radio, Farblende. Fahrzeug, Kamera aus, Radio, Kamera an. Gute Frage, an, aus, an, und Kilometer, Hektar. Radio, Radio. Finden wir nicht. Dann ist es hier. Verkehr aus. Das ist schlecht. Pause. Ende. So, wir da. Ich hatte kurz abgebrochen, vergeck gedrückt. Statt Beichern habe ich abbrechen gemacht. So, wenn wir den Kurs einfahren, neu. Passt eh. Jetzt fahren wir schnell zum Heistrachtberg. Jetzt fahren wir links lang. Kürzer Rückweg. Ich habe nämlich den KI-Verkehr ausgeschaltet, weil wenn ich auf Straßen fahre, so viele KI-Fahrzeuge fahren, für mich ist das schon blöd. Aber wenn man den Kurs mehr nachgefahren wird, dann ist es noch blöder. Oder dann ist es nicht garantiert. Unfall vorprogrammiert. Dann kann er vielleicht alleine fahren. Das geht auf Dauer nicht. Die wollen ja durch den Kurs mehr nachgefahren. Die wollen nur darauf achten, dass wir da am liebsten auf den Weg kommen. Keine Walden oder Anhänger oder dergleichen. So, jetzt geht es zum Heizkraftwerk. Ganz in möglich. Dann wird zurück. Ich habe den Flugfluss nicht gespeichert. Gut, kein Problem. Jetzt starten wir gleich wieder. Ich habe den Kurs noch mal hier absichert. Ich habe den Kurs noch mal hier absichert. Bei bald Verdeuten zu befeuern. Aber das macht nichts. Los oder fest. wobei bei Festzentengeraden mit einer Fuhreraden mehr gefahren sieht ganz gut aus die anderen Felsflöten sind auch nicht reif die brauchen noch ein bisschen die Kühe sind versorgt die erste oder schlechte Vögel hier ansonsten flügen und später aussäen muss ich mal schauen ob ich da unter ein wenn ein Feld kommt wieder Gras rein und davor Karkniss so jetzt mal Koppelweizen passen nicht dann Stroh 100% ist klar noch Speicher Strohverkauf ja hoch 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 heiz krass 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 mehr passt da nicht hin ok ja es klappt beladen aus und da die klappen da fährt er ja schon flugmeister die normalen helfer nehmen jetzt schafft der helfer auch die maschine genau und die machen gleich voll und zwar saaten und dünger das wäre ein berufteil auf gras die serne wäre umgekehrt aber Gras wächst ja nach, ne, besser Gras kleinen Zug ganz wichtig jetzt fahren wir jetzt zu unserem zukünftigen neuen Wiese stellen wir hier mal hin bleiben wir noch mit dem Flug nacharbeiten gleicher Verkehr fährt ja nicht das ist Stattenschutz brauchen wir nicht noch nicht kommt aus jetzt schauen wir mal kurz nach unser äh Textur ist immer noch das Gras zu sehen macht aber nichts das ist nicht so tragisch wichtig ist dass ich weiß Geflügt okay geht mich darum ob da nun die Wiese kann gemacht werden Geflügt ist gedüngt ist auch zu 100% ja gut das könnte man eine Maschine nehmen die man nicht braucht kriege ich Geld ja fürs Feld kann man alles machen, ne was können wir ungefähr kaufen kriegen wir noch ja über 1000 ja was haben wir da am Felder 3 was kostet die 3 mehr kostet die 24 320 die 9 19 wenn wir uns die immer schauen was drin ist das ist mir auch ganz wichtig weil dann können wir nämlich gleich das sogar vor gedüngt aber für dort erntereif wäre im grunde nichts außer die wiese muss geflügt werden das sind ungünstig darin war gewesen kartoffeln oder zucker rüben da werden wir unsere schulden zurückzahlen und wenn da was passendes drin ist können wir es kaufen wir haben uns mit dem ertrag ein bisschen was bezahlt ein bisschen geld lassen wir uns hat er nicht ganz leer gemacht der bursche gut das macht aber auch nichts so freunde das soll es für die heutige fall gewesen sein mit meinen kurzen unterbrechung in der mitte wenn man entschuldigen möchte dann sage ich mal schüße und winke winke und wiege deckbild dran ist leichter schön und auch ganz gern abo ich sage schon mal danke dann sage ich tschüss und winke winke bis denne tschüss